Er ist durch einen Zombie gestorben, oder was hat er gesagt? Keine Ahnung weshalb. Kann sein durch einen Zombie, ja. So, ich zieh mich jetzt hier aus. Du bist da, ne? Ja, ich bin da. Nächste sag ich doch, eine halbe Minute vor uns. Völlig knackig hier. Wir sind jetzt aber auch in den ersten Stock, hat er gesagt, wo hier oben? Ja, gleich links. Links oder rechts. Mit einem Zombie, aber da ist leider er nicht mehr. Hier nur ein Zombie stehen. Ich glaube, wenn ich jetzt in Real Life so rennen würde, ich würde schon meine Lunge Hälfte des Registrofs verlieren. Hier sind zwei Zombie, drei Zombie sind hier. Aber keine Leiche, ja? Nee. Nicht mehr. So, verhaust ihr da oben alle? Oder kommen sie uns hinterher? Ich bin nackt. Komm raus. Ihr könnt sie verhauen. Pratik bitte, jetzt trat mal nicht. So, mein Leck ist painful. Mein Arm ist gebrochen, mein Bein ist schmerzhaft. So, gehst du wieder rein und guckst mal, wegen der Leiche nochmal. Ich mach mir erstmal Bandage. Hier ist Morphin in deiner Pressmeste, die kannst du ja haben, da ist ein Morphin drin. Nimm's gleich. Okay. Injekt. Wo liegt der? Oben im ersten Stock, hat er gesagt. Ich sehe aber nichts. Komm auf rein. Ja, dann sind wir zu langsam, waren wir zu spät. Ja. Haben die Zombies alle erledigt. Dein ganzes Zeug ist weg. Ich glaube auch nicht, dass das zehn Minuten dauert. Ich glaube, dass das schneller geht. Ja, ich sehe auch nichts irgendwie. Nee. Nee, auf dem Dach auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Ah, alles drin. Ist meine Munition drin? Okay. Ich hör schon wieder ein. Warte. Schau mal, Mikro. Okay, mach du das. Wo ist er denn? So, jetzt mal schauen. Also. Meine Regenjacke auch ruiniert? Na klar ist meine Regenjacke ruiniert. Meine Hasenfalle ruiniert? Na super. Ähm. So.